Hm, drin bin ich. Haha. So, keiner da. Ausgezeichnet, dann gebe ich jetzt ein Fette und Busen. So, und jetzt schauen wir, was da kommt. Na nun, wo bin ich denn da jetzt gelandet? Im Stadtsaal? Wo steht da? Festival der schamlosen Kultur. Das klingt ja aufregend. So, wer kommt da aller? Margaret Cho, Jonathan Halley, Trevor Ashley, Georgette D. Villavalium, Gale, Tafs. Das ist ja geil, das muss ich sehen. Haha. Und Busen gibt's bestimmt dort auch zum Anschauen. So, weg hier. Hör.